Was du sehr geschah bei The Forest Da sind zwei am Turm Wie bist du? Hier rechts noch alles Weiß Das war irgendwie viel Was wir hier langer vor Woksen wir schon wieder gegenseitig Kannst Medizin bauen jetzt? Ja Ja Das ist natürlich super Komm her Warte mal lass vielleicht erstmal diesen Füße Verlecker bauen Dann bauen wir ihn mal hier hin Würde ich sagen Komm mal von hier Ja Nimm es runter Und isses Ja Ja Schon wieder voll Korrekte Sache Ja Ich hab noch viel mehr gebaut Echt? Gerne Und ich kann auch noch mehr bauen Also ich hab immer noch Warte Ja gut Wir brauchen unbedingt Robes Wir müssen losziehen Also ich hab vier Medizin im Gepäck Ja okay Wir ziehen los Wir brauchen unbedingt Robes Okay Ja Und schön nebenbei Marigold und Olivera sammeln Hast du so einen Topfinkern? Ne Ich brauch nur Rob dafür Ja Wasserauer ist down Ja Du musst halt aufpassen Die Beeren Die kannst du nicht alle essen Ja die Weisen Kannst du nicht essen Blauen schon Ja ich hab vorhin die Weisen gegessen Okay Komm hat er gekotzt Na ja Kannst du noch ein paar Steine hier mitnehmen? Lass mal hier an die Lichtern gehen Boah Der ist rot Hier rechts ist einer Rechts ist einer Komm mit Wir gehen ins Wasser Auf dem Boot Meinst du da gibt's Robes? Ja natürlich Auf dem Boot gibt's immer Robes Was schlecht war der da? Ich hab close Boah schau Medizin geil Noch mal Medizin Noch mal Medizin Geil der ist überall close Die Dingern Ich glaub der Kohl hat draußen nicht am Strand Hier ist einer Hier ist einer Ja Ich beiß dir mit nem Tennisball in den Kopf Ich hab was grad machen Anders gehen wir ans Wasser Ciao Wurden der Tüchi Hinter dir So Hey ich hab sie geil Boah geil geil Boah geil geil Krass Schildkritten Da können wir uns aus unserem Panzer bauen Ja Da kann ich mal über Wasser gehen natürlich Ich bin auf dem Boot ist gleich Ja ich komm auch Boah schock mich Das kleine Schildkritte haben wir vorbeigeschwommen Okay Da kann jederzeit ein Heil kommen Hier ist noch ein Rettungsgericht Hier ist noch ein Rettungsgericht Ein Nachtmagazin Wunderschön Hey hier kommen wir rein Seit wann kann man da rein? Das ist neu Holger da ist ne Milch Da ist ein vermisstes Kind drauf Geil ich hab ein Boot man Warum wohnen wir nicht einfach hier neu? Man kann hier speichern Warum wohnen wir nicht auf dem Boot? Ja ich speichern Geil Ohne Scheiße Wir wollen es aber hinterfass Ist ja chillig Ich kann hier kenn' den kannst du auch Guck mal da Oh Gott was liegt denn hier? Hier liegt irgendwas totes Guck mal Du hast ein Foto Du hast ein Foto Du hast ein Foto von Loll was ist denn? Iiii Iiii Schweiß ihn mal raus Der bezahlt keine Miete mehr Ne das ist das Foto was da war Achso Lass mich lass mich mal dahinter Lass mich mal dahinter också alles wurde an sich ist geil ja auch voll ein bisschen ein bisschen an lost aber wir haben doch die hängen doch gar nicht ich habe ich habe ja nichts mehr glaube ich war mal viel mehr auf der scheibe kann er nicht hinter immer die andere scheibe das sieht voll lustig aus wenn der von oben drauf hat mit dem kopf ok wo ist noch eine robe da vorne ganz vorne ja ich hab's gesehen ja cool da können wir meine frage wir sind doch von da vorne gekommen und da wenn du hier hinter schaust da hinten warum ist das speichersymbol der links ist meine kurve gelaufen oder so einste ja dann hat eine atemflasche gefunden ja ich auch zwei steckste da sieg und heide so ich sehe keinen aber du kannst gerne vorne kommen wir schwimmen einfach zusammen ich bin auch so vorne ist gerade ein eingeborener und lass uns eine schildkröte mitnehmen ich habe schon eine schildkröte kaputt gemacht wo ist der eingeborene wer weiß nicht kommen wir ins wasser gesprungen sind ich habe schon gesehen auf alle fälle sind wir jetzt schon mal ganz gut ausgerüstet jetzt geht es ja ich finde das alle lehrer nicht einfach ja da mache ich die medizu und da vor uns ist neu geworden ich habe keine ausdauer mehr warte mal direkt vor dir der kommt zu mir oh gott oh helf mir ja komm zu mir ja komm zu mir man ich habe keine ausdauer ja du kannst doch gehen ich schau ab ja der ist ein baum auf dich gerade zu du kannst doch normal gehen auch wenn du kein ausdauer hast ja ich muss ich habe mir zu dem geguckt und habe mir gewusst wo du bist hinter dir ja das ging gerade immer noch hier der kommt der kommt der kommt ich bin safe ja toll ja man es geht so macht der ja jetzt sind wir hier oben safe jawohl komm her guckst du einer auf die fresse ja toll tickt der da in der luft ich habe es gesehen gerade ok ich baue so einen freak sap collector ok der ist wichtig ja bau auf ein dann haben wir zwei ja cool ich baue den hier an den baum der wo man wasser hängt sau geil ja kann man da zwei hinbauen ja dann nehmen wir den baum hier mit dem da warte mal das koppelt gar nicht so an warte mal was braucht man da jetzt für den pot und ein seil oder und was noch hallo 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 ja du brauchst ein seil im ding und die kopf ja kann das nicht verbinden ja ich kann das nicht an den baum hängen warum ich stehe doch da oder ja ja normalerweise muss das spüren können ja da braucht man noch einen stoff danke für die infos die knalli ja hab ich schon ja ich hab das gefragt das ist ja wenn du drauf gehst du brauchst du brauchst du brauchst du brauchst du ich kann das ja dann wenn ich an baum verbinden ich kann die drei sachen nicht verbinden alter du musst du musst aufs buch gehen und den bauplan rausziehen einfach dann füge dir das automatisch zusammen also ja das ist wasser ja hier der hat das ding nicht mehr ja Guckst doch alles gut aus. Ich fähre mir doch schon einen Baum, ne? Jetzt zeigts bei mir nicht mehr an, das Ding. Ja, wenn einer weiß, wie er die Dinge jetzt bauen kann. Jetzt zeigts es wieder an. Ich kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Weil früher konnte mir das echt einfach an die Borde hängen. Dann ist das jetzt so richtig dran geklackt, dann war's gut. Kann sein Schrank rauskommen? Oder muss man das zwischen zwei Bäume hängen? Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung, wa? Ja. Warte mal hier. Warte mal hier. Ah, hier. Ja, hängts auch. Ja, du musst ja wissen welcher Baum, oder? Ja, ich komm, warte. Ups. Guck, das hat knapp. Wo hängts? Wo hängts? Da, an dem Baum hängts. Ah. Kannst du's an dem nur in andere Sinn machen? Kann mir das einfach so dran hängen jetzt, oder wie? Ja, an dem hängts. Warte. Warte. Wenn ihr klackt das nicht dran, ey. Dreh das mal mit Ehre. Nö. Ja, gib mir mal das Material, dann baue ich den noch hin. Ja, bau den doch da vorne hin. Wieso baust du den so weit weg? Hier vorne? Und du wollen das dann haben. Da ging's nicht. Ach so. Ja, warte, ich leg das mal aufs Tablett. Genau, leg mir den Topf aufs Tablett. Oh. Komm rein, lass ich ja. Das ist voll umständlich, dass du das nicht einfach am Boden legen kannst. Ja, ne? Guck mal da. Jetzt das nächste dran. Was brauchst du denn? Ja, noch ein Seil und ein Stopp. Ich glaub kannst du das hinten schenken, aber ein Seil war nicht. Ähm. Warte, das ging grad nicht. Ich hab's ja umständlich gemacht einfach. Ja. Sehr leid Christi. Danke. Sehr leid Christi. Mach mal dein Feuerzeug auf die Straße. Das Aufraum raus hier, ne? Das ist mir auch da schon mal. Ich war auch fast hobsig. Also die zwei sind jetzt da. Okay, die hängen jetzt da. Okay, perfekt. Haben die schon was, oder? Nee. Gut. Ich bin der da. Dein Medizin. Ich hab echt die Falle drin. Ich hab die Falle drin. Passetten-Player. Wir könnten eigentlich... Ähm. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Kann man sonst da oben vielleicht wohnhaft einrichten. Ich will dann in den Schranken pflanzen, wenn das geht, wo man die Medizin reinpacken kann. Wir können einfach... Wir können einfach noch so was erhöhtes hier hinbauen. Irgendwie so außen. Oder geht das hier? Ja. Keine Ahnung. Warte, ich such den Schrank dort. Schau mal, hoch zu dich. Neckbar Medizin Cabot. Oh ja, den kann man bauen. Hier oben? Ja. Bauen den vielleicht hierher, oder? So irgendwie. Ich hab den da an den Rand hin gebaut, wo eh nichts ist. Jetzt wird man da wieder hoch. Oh, bei der Haupt. Boah. Oh, hier. Oh, so steht er jetzt. Okay. Müssen wir mal schauen, ob das geht. Wollen wir bauen? Warte mal. Ich glaub, du bekommst ne Schaufläne mit dem Zeug. Versuch mal, ob du hochkraxeln kannst. Ich glaub, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Warte mal, da macht was anderes. Der Obersportler. Boah. Kann doch bestimmt hier hoch springen. Okay, geht's. Ja. Du brauchst noch vier. Du brauchst noch vier, alles klar. Ich fäll'n Baum. Bevor's Dunkel wird. Ja, wir sind noch zwei, ich kann's schon mal nehmen. Ja. Langsam fährt's mir hier. Ja, ist schlecht. Ich hab hier was. Ja, ich komm. Geh mit deine einfach rein. Ich hol mir meine. Ja. Ja. Cool, ne? Ja. Ja. Wie kann man das abschieben? Ja, ich schwir'n jetzt. Ja, ich schwir'n jetzt. Mit C kannst du's drauflegen? Ja, stimmt. Ich seh's gerade, Leute. Warte mal, jetzt link da fünf. Jetzt link da fünf. Ja, ich hab einfach das drauf. Das ist so bittig einfach. Das ist einfach so schlecht, denk. Das ist so ein breites Brett, da will ich einfach alles draufklatschen, weil es nicht so fein soll. Ja, eben. Ja, ist frisch. Wie schaut's denn aus mit dem Essen? Soll ich, du hast nicht einen drum draufklatscht. Kannst du mal nicht hier oben? Ähm, Essen hab ich nix mehr dabei. Du? Ja, ich hab ein Bein und einen Hasen. Ich hab nur ein paar Snick-Essen so. Ja, aber die sind auch für Dschungelwanderung. Ey, guck mal, hier oben ist voll gemütlich jetzt. Gleich. Gleich, ich will mein Bein essen. Ach so. Was soll das denn sein? Kann man in der Früh eigentlich schauen, ob wir so Tree-Sets haben? Wieso kannst du hier? Ja. Ja, die Auszahl ist wieder hoch. Jetzt geh ich noch schnell was drängen. Was ist denn? Was denn? Guck mal hoch. Gleich. Ah, wir können noch diese Dings bauen. Diese Schildkröten-Teile. Ja, das brauch ich jetzt gleich. Was? Hast du noch gebaut? War ein Stöckchen. Ja, ich hab auch kein Stöckchen mehr. Das ist schlecht. Ach so, wir sind klein. Und dann, die Ersten. Wo kommen die Ersten. Komm rein. Wir sind durch. Komm rein. Wir sind durch. Meinst du? Hinter dir. Komm hin, komm hin, komm hin. Nichts, ich hau den kaputt, ich weiß es in zwei. Ja komm rein schon. Ich komm rein, ich komm rein, ich komm rein. Oh der ist rein oder? Nein, nein. Ich hab einen Lubitsch dabei auf jeden Fall, den kannst du mal draus schmeißen. Ob er kaputt geht. Ach geil, der hat da so eine Lampe hin. Ja cool, ne? Ja super. Das saugt total. Das ist mir nicht mal eine Kopflande. Chillig. Ich hab keinen Stopp. Ich hab die Pflanze da bekommen. Ich hab kein Seil mehr, warum? So, wie sieht der Plan aus wie wir morgen? Pfeil und Burgen bauen. The Forest.